Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode. Eures Lieblings-Podcasts, so sagst du das immer. Eure Lieblings-Rhodesian Ridgeback-Podcast. Sie auch immer, ihr seht das nur nicht. Sie nimmt euch alle einfach in den Arm. Ach ja, es ist herrlich. Uns sieht nur leider keiner dabei. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann ein Upgrade, dann machen wir Video-Podcasts. Man weiß es nicht, was kommen wird. Die digitale Welt ist schier grenzenlos, Christine. Aber du bist ja so als kleiner Einsiedlerkrebs mit einem Laptop von 1999. Schön auf dem Land. Schön auf dem Land. Auch Handyzeiten. Das ist ja so ein kleiner Insider. Das verrate ich euch jetzt mal, weil wir hier unter uns sind. So Christine zu erreichen ist auch manchmal nicht so einfach, weil sie sucht sich ihre, also sie macht das natürlich sehr vernünftig, aber sucht sich ihre Handy- und Kommunikationszeiten noch immer sehr genau aus. Wenn sie dann mal das Handy anmacht. Es ist gut, weil Christine bestimmt die Technik und nicht die Technik Christine. Das, das. Schön, schön. Ja, ja, das muss man mal sagen. Das ist wirklich gut. Das freut mich. Für dich. Danke, danke. Leider, leider nicht. Aber gut, irgendwer muss halt auch die Arbeit machen. Irgendwer muss auch Ordnung halten in der Community und bei Instagram und muss auch da immer researchen, wie man so schön sagt hier. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass du das machst. Ja, das ist auch das Mindeste, würde ich mal behaupten. Und das bei den Temperaturen. Und damit sind wir auch beim Thema heute. Hitze. Und Ritschbecks. Oh boy, ja. Also ich könnte jetzt anfangen, mein persönliches Leid zu klagen, weil jede Temperatur über 20 Grad ist mir schon zu viel. Ich mag das gar nicht. Ich sehne mir jetzt schon den Herbst herbei. Es ist halt einfach, jeder möchte immer den Sommer und alle nüllen rum und sagen, oh, wann wird es denn endlich Sommer und warm? Und dann ist es warm und dann fangen sie alle an zu nüllen und sagen, oh, es ist so schwül, es ist so heiß. Ich nülle das ganze Jahr über den Sommer, ich darf das. Ich möchte den nicht unbedingt haben, weil ich habe nichts gegen Sommer, ich habe nichts gegen einen schönen Urlaub irgendwo, wo es warm ist. Das maritime Klima ist toll, aber dieses zentral-kontinentale Wetter hier in Deutschland, so auf dem Land, es ist einfach nur brütend oder schwül. Da komme ich gar nicht mehr klar. Und meinen Respekt damit auch nicht. Ja. Ja, was willst du sagen? Ja, was soll ich sagen? Genug beschwert. Also ich meckere nicht oft über das Wetter, wobei Frühling und Herbst sind meine Lieblingsjahreszeiten auch. Ja. Und da kommen auch meine Hunde am besten klar. Ja, exakt. Ja. Exakt, das ist es. Das stimmt. Weil ich beschwere mich auch im Namen meines Hundes. Er würde nichts anderes sagen. Ja. Zumindest, wenn ich ihm ins Gesicht gucke bei 30 bis 40 Grad. Weil an Parka erkenne ich, wie warm es ist anhand der Länge der Zunge, die er raushängen lässt. Und der Breite des Grinsens beim Hächeln. Exakt, daran wirklich erkennt man das. Wenn es richtig warm ist, dann hängt die fast 10 Zentimeter raus an der Seite. Und das passiert halt echt selten. Aber dann sehe ich mal seine enorm lange Zunge. Und wenn das so geht, so bei 20 Grad, hast du ja vorhin auch schon gesagt, so bei 20 Grad fangen sie langsam an zu hächeln. Und dann guckt sie ja immer nur so einen kleinen, guckt ja immer nur diese kleine Spitze raus. Und sie können sich nicht entscheiden, ob sie hecheln oder nicht hecheln. Das finde ich auch immer sehr lustig. Das ist sehr niedlich. Aber ja, da sind wir wieder bei Vorurteilen. Ein Vorurteil, das ich gerne höre, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Und man wird gefragt, ist das ein Rhodesian Ridgeback? Also jetzt im Sommer. Stellt euch vor, wir haben jetzt 35 Grad im Schatten. Und man geht mit seinem Hund spazieren. Und dann kommt die Frage, das ist ein Ridgeback, oder? Ja, das ist ein Rhodesian Ridgeback. Das ist ein afrikanisch abstammender Hund. Ja, dann kannst du doch bestimmt bei 40 Grad mit dem Joggen gehen. Dann sage ich immer, nee, genau das kannst du nicht mit dem, weil der nämlich so schlau ist. Der weiß das nämlich, dass diese Temperaturen nicht gut sind und dass es heiß kräftisch waren. Ganz genau. Und wenn die Leute mir sowas erzählen, dann antworte ich nämlich auch immer, was machen denn die Löwen in Afrika bei 40 Grad tagsüber? Die rennen nicht blöd durch die Gegend, die liegen im Schatten und dösen und sparen Kräfte. Ja, und halten das aus. Ja, exakt. Also ich glaube, es gibt auch kaum eine Rasse. Also es ist witzig. Ich kann mit Parkern neben einem Husky im Hochsommer spazieren gehen. Der Ridgeback sieht so aus, als wenn er ein absolutes Martyrium durchläuft. und nicht mehr als die nächsten fünf Meter macht und der im Gegensatz dazu der Husky mit seinem dicken Felder durch die Gegend trabt und sich einfach denkt, ja gut, es ist warm, mein Gott, was soll ich machen? Aber die leiden echt extrem. Also zumindest lassen sie das raushängen. Das muss ich sagen, wie es ist. Also manchmal tut er mir echt leid, obwohl ich halt denke, ich gehe mit ihm natürlich nicht um zwölf Uhr bei High Noon in der prallenden Sonne spazieren, sondern ich versuche es natürlich schon so zu regeln, dass es für ihn möglichst entspannt ist und natürlich für mich dann auch. Da muss ich jetzt, jetzt kommt mir ein ernstes Thema dabei direkt in den Sinn, weil High Noon zwölf Uhr mittags und du bist ja hier in der Stadt und hauptsächlich teer, geterrte Straßen, Bürgersteige. Also das wissen immer noch einige Menschen nicht, dass die Hunde sich die Pfotenballen auf dem heißen Teer oder heißen Untergründen richtig verbrennen und wegbrennen können und dass das bis aufs Fleisch gehen kann. Also das ist nicht ungefährlich. Ja, so könnte ich dann auch schon durch die Stadt laufen oder so. Wie oft siehst du Menschen, egal ob Dackel, Pudel oder Dobermann, die Leute laufen mit ihrem Hunden oder gehen flanieren in der Stadt bei 40 Grad und nehmen ihren Hund mit, dann im besten Fall treffen sie natürlich noch jemanden, mit dem sie dann klönen irgendwo in der prallenden Sonne und der Hund steht dann daneben und ich mir dann halt denke, sag mal, was stimmt mit euch nicht? Aber du kannst nicht zu jedem hingehen und den konfrontieren. Also das funktioniert halt einfach auch nicht. Und das Recht hat man im Anführungszeichen auch nicht. Also das fällt mir schwer, das muss ich sagen. Ja, mir auch, mir auch. Auch wenn ich die Fahrradfahrer dann sehe, wo der Hund am Fahrrad läuft dann bei solchen Temperaturen. Also da verstehe ich auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Ja, aber du mit vier Stück, wie regelst du das denn? Wir wissen ja aus den vergangenen Folgen, dass du, also bis heute ist das für mich ein Phänomen, Christine. Das muss ich ja echt sagen. Also wie du deine Zeit so am Tag einteilst. Du hast ja mal gesagt, du gehst nie mit allen Vieren gleichzeitig spazieren. Ja, doch, wenn, aber dann muss ich schon in einem Gebiet sein, wo ich auch weit gucken kann und die Möglichkeit habe, eben rechtzeitig alle abzurufen. Am liebsten aber auch noch, wenn jemand dabei ist. Ansonsten mache ich Zweiergrüppchen. Ja, da komme ich gut mit klar, ja. Also es ist nicht, dass die zu viert komplett am Rad drehen oder so, aber es gibt Situationen, da sind die vier dann einfach schneller. Ja, also wenn bestimmte Reize dann sind, die es nicht oft gibt, aber die gibt es eben. Aber dann hätte ich keine Chance mehr, das weiß ich. Und deshalb, das möchte ich eben vermeiden. Und deshalb gehe ich zweimal zwei Runden. Und das auch im Hochsommer, ganz genau. Genau, dann, wenn, wenn die richtig heiße Phase kommt, dass es auch nachts dann kaum mehr abkühlt, dann stehe ich halt mega früh auf. Dann stelle ich mir um spätestens fünf den Wecker und mache dann meine Runden mit denen, bevor ich frühstücke, bevor ich irgendwas mache. Ziehe ich mich an und raus, dass ich mit denen eben fertig bin, bevor, manchmal ist es ja schon um halb zehn, dann 30 Grad. Also wenn es richtig hart auf hart kommt im Sommer. Und bis dahin muss ich fertig sein mit den Runden. Und dann warte ich auch tatsächlich bis zur Dämmerung, bevor ich dann wieder mit denen losgehe. Ja, genau, wie genau, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du es, also dass du morgens ganz früh mit denen gehst. Ich wünschte, ich könnte das auch, aber tatsächlich ist es bei mir halt echt so, dass ich, also vor acht komme ich eigentlich nicht raus. Ich aber immer versuche, Wege zu wählen, die möglichst schattig sind. Also ich nie mit ihm durch die Sonne gehe und dann auch dementsprechend immer einen Weg wähle, wo er ins Wasser kann. Weil Gott sei Dank ist Parker halt einer der, ich weiß gar nicht, würde ich jetzt mal sagen, wenigen Ridgebacks, die auch gerne ins Wasser gehen. So, das macht er dann schon, weil er Gott sei Dank weiß, okay, das ist für mich jetzt in dem Moment einfach mal gerade eine Erlösung oder Erleichterung mit dem nassen Fell dann auch. Und den Weg, also das versuche ich halt schon, dass er dann eigentlich im Hochsommer ein, zweimal dann irgendwie sich ins Wasser stellen kann. Aber wie, was sind so deine Tipps oder was machst du noch, außer dass du jetzt so die Zeiten wählst, dass du es morgens und abends? Also das, wovon ich jetzt erzählt habe, ist wirklich in der Phase, wo es extrem ist, weil auch ich bin eine Nachteule und keine Lerche. Aber für die Hunde muss ich das dann hinkriegen, kriege ich dann auch hin. Aber das ist für mich auch schon anstrengend, weil ich ja meistens auch spät arbeite, bis auch spät arbeite und dann ist frühes Aufstehen anstrengend. Aber im Sommer kann man sowieso nachts dann nicht mehr so ganz vernünftig schlafen und dann geht das auch mit dem Aufstehen ein bisschen besser. An den normal heißen Tagen fahre ich halt gerne in den Wald, weil im Wald ist die Luftfeuchtigkeit höher, im Wald ist ein anderes Klima. Im Wald hast du ja mehrere Grad niedriger als außerhalb des Waldes. Und das ist ganz wunderbar und herrlich. Und auch die Hunde kommen da gut klar. Ja, die Scheiße, wenn ich das so sagen darf, schon wieder Scheiße, ist natürlich, dass in dieser Zeit auch die Mückenpopulation ziemlich präsent ist, also ziemlich groß ist. Dass die Zecken am Start sind, dass auch die Stechfliegen, ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, Blinde oder Pferdebremsen oder was gibt es, Blinder Kuckuck, was gibt es noch alles für schöne Namen für diese fies Stechenden. Und da sind ja nicht nur die Einheimischen, das sind ja auch die aus dem Süden zugewandert, die so dreieckig gelb und schwarz oder orange und schwarz. Und die stechen auch extrem krass, also schlimmer noch als unsere Pferdebremsen, aus eigener Erfahrung zumindest kann ich das so sagen. Das ist dann der Nachteil natürlich im Wald. Aber da kann man auch nicht feste, oder da gibt es jetzt keine Zeiten, wo ich sagen kann, da sind sie ganz viel, da sind sie weniger, das variiert. Also zum Beispiel vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, als ich in den Wald gefahren bin, wir sind ausgestiegen und die Hunde waren schwarz vor Mücken. Das war der Wahnsinn. Unfassbar, da bin ich halt dann ein paar Tage nicht mehr in den Wald gefahren. Jetzt in den letzten Tagen ist es besser, heute waren wir im Wald und heute habe ich überhaupt keine Mücke mitbekommen. Also es ist seltsam und nicht vorhersehbar und es ist eben ein kleines Manko, was man im Wald auf sich nehmen muss. Und ansonsten ist der Wald einfach herrlich bei warmem Wetter. Und es gibt auch, meistens gibt es noch irgendwo Wasserstellen, die auch frisch sind, wo die Hunde dann mal trinken können und wo ich auch weiß, da ist gesundes Wasser und nicht von irgendeinem Feldrändern, wo vielleicht noch von dem letzten Spritzdurchgang eben was mit drin ist. Ja, also Wald oder am See gehe ich dann auch gerne spazieren, eben um zwischendurch, also dass die Hunde sich zwischendurch abkühlen können und ich selber mich dann auch. Meine gehen nicht schwimmen, also ich habe keinen Ritschbeck jetzt mehr, der richtig schwimmen geht, aber ins Wasser gehen die auch alle. Also komplett oder so Bauch? Nee, also Gaia geht bis Hälfte Oberkörper, würde ich sagen, ist der Bauch schon richtig drin und taucht dann immer noch mit dem Kopf unter. Ach so, okay. Die macht sehr, als ob die sich die Augen und Ohren sauber macht, so sieht das aus. Also es ist ein richtiger Waschdurchgang, habe ich das Gefühl manchmal und dann kriegt die Wasser auch oben drauf auf den Rücken. Durch dieses Schütteln, Untertauchen, Kopf wieder hochschütteln, ist sie dann tatsächlich komplett benetzt, hauptsächlich aber unten drunter und diese Kühlung, die hält auch lange anderen. Und die anderen drei gehen höchstens bis zum Bauch, aber tauchen alle mit dem Kopf unter, das lieben sie alle. Ja, das haben sie sich abguckt. Wo er sich nicht dabei verschluckt, weil er während er schwimmt trinkt, das ist so ein bisschen suboptimal. Aber mit dem Kopf unter Wasser, das geht gar nicht. Das macht er überhaupt nicht. Also da ist ja alles so, was den Kopf angeht, so dann, ey ne, da sagt er, nee, da bin ich zu stolz, das meine ich. Das hat Brixx auch nicht gemacht, aber Brixx hat auch diese kleinen Runden immer geschwommen. Ja, mit dem konnte ich zum Beispiel dann am Kanal, Kanal ist halt pralle Sonne, aber mit dem konnte ich da gehen, weil er dann alle paar Meter wieder rein in den Kanal, ein Kreis geschwommen, wieder rausgekommen ist und dann, wenn es wieder so ein bisschen abgetrocknet ist, ist er wieder rein, ein Kreis geschwommen. Schlauer Mann. Mhm. Schlauer Mann. Ja, also genau, das ist so, das ist so sein Habitus, der ist auch immer gleich geblieben. Und da bin ich auch ganz froh, dass wir da in Münster so mit der renaturisierten Ahr, so ein kleiner, kleiner Arm, der jetzt so mehr oder minder mitten durch die Stadt läuft, als auch eben mit dem Dortmund-Ems-Kanal, dann doch immer Anlaufstellen haben, wo die Hunde dann auch die Möglichkeit haben, mal ins Wasser zu gehen, ja. Ey, guck mal, wir könnten eigentlich vom Dortmund-Ems-Kanal bis zu dir hier schwimmen. Ja. Das geht bei uns ja auch lang. Ja, das will ich sehen. Challenge accepted. Nee, 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 nee. Aber was gibt es denn außerdem? Also, ich weiß noch, da war Parker vielleicht ein halbes Jahr alt oder so, da hab ich ihn mal, hab ich mir, glaub ich, mal so eine Kugel Joghurt-Eis oder sowas geholt und dann hab ich die extra halt in so einen Becher genommen und dann hab ich die, hab ich da eben so, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Löffel drin gelassen und dann hat Parker das halt dann, war er daraus sehr dankbar, hat das auch einfach sehr leidenschaftlich weggeschleckt. Und die Quittung, die ich dafür gekriegt habe, war dann ein Hund, der dann nachts Durchfall hatte. Ja. Seitdem, kein Eis mehr für den Hund. Nee, geb ich sowieso nicht. Was? Also, Menscheneis nicht, aber Hundeeis hab ich auch noch nicht gegeben, muss ich sagen. Nee, das hab ich auch nicht gemacht. Also, dass ich da irgendwie irgendwas eingefroren hätte, das findet er auch, glaub ich, irgendwie komisch. Das findet er dann auch so ein bisschen suspekt. Das einzige Gimmick, was ich nochmal hatte, ich weiß übrigens gar nicht, wo das ist, ist so eine Kühlmatte, die so in Anführungszeichen so selbstkühlend ist oder die eben halt nicht so viel Wärme aufnimmt. Ich weiß gar nicht jetzt, aus welchem Stoff die ist. Die lege ich dann ab und zu mal ins Wohnzimmer, sodass er sich dann da mal drauflegen kann und nicht auf eine Wolldecke muss oder so. Also, ich hab einen Steinboden, so einen Natursteinboden im Wohnzimmer und das ist tatsächlich das Zeichen, wenn ich merke, boah, jetzt ist denn warm. Wenn die sich nicht auf ihre Plätze legen oder nicht auf den Teppich, sondern wenn die sich lang auf den Steinboden legen. Ja. Und das ist tatsächlich nur im Sommer. Ja, ja, ja. Ja, ich hab davon eben, also ich mach das manchmal für mich, wenn es so ultra heiß ist, dass ich mir so ein Küchenhandtuch nass mache und das dann kurz ins Gefrierfach lege und dann in den Nacken lege. Aber ich hab da eben mit den Hunden, ich weiß, das geht mit den Hunden auch, dass man denen auch so ein bisschen Kühlung verschaffen kann dadurch. Oder es heißt so, das hab ich aber auch noch nie ausprobiert, weil ich mir nie sicher bin, sagen die wirklich Bescheid, wenn es dann zu kalt ist oder können die sich dann auch erkälten. Greife ich da zu sehr ein in diese Regulation des Wärme-Kälte-Haushaltes, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ich guck halt, wenn es so warm ist, dass ich dann nachts natürlich aufgerissene Fenster, mit meinen Hunden trau ich mich auch immer, mit offener Terrassentür zu schlafen zum Beispiel. Ich hab ja einen eingezäunten Garten und ich glaub nicht, dass sich jemand reintraut bei uns. Von daher, das ist ein großer Vorteil, alle Fenster, Terrassentür auf und sobald die Sonne dann rauskommt, gehen die Jalousien dann runter, ne. Was ich dann aber auch bedrückend finde zum Teil, wenn in der Wohnung es dann so dunkel ist, aber dafür ist es angenehm. Ja, das stimmt. Ich hab mal gehört, ich weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich auch so wissenschaftlich korrekt ist, dass wenn man den Hunden eigentlich was Gutes tun will, man hat zum Beispiel jetzt irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber gehen wir jetzt mal von so einer Kältedecke oder sowas aus, dass man gar nichts auf den Rücken legen soll, sondern immer eher von unten, weil sonst entsteht halt so ein Hitzestau, weil die das irgendwie nach oben abgeben oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das wissenschaftlich jetzt so korrekt ist, aber ich meine, das mal gehört zu haben, dass es immer am besten ist, die irgendwie von unten zu kühlen, dass die sich halt entweder irgendwo drauflegen können oder dass man den Bauch halt irgendwie kühlt, weil wenn man irgendwas oben über den Rücken legt oder so, dass dann irgendwie diese, was du schon gesagt hast, diese Hitzeregulation dann irgendwie nicht richtig funktioniert. Also das würde dafür sprechen, dass Gaia bis zum Bauch sich immer abkühlt zum Beispiel und nicht oben auf dem Rücken. Vielleicht wissen die das von alleine schon ganz gut, aber Hunde schwitzen ja eben nicht. Und die regulieren das ja übers Hächeln und ich glaube über die Pfoten auch, ne? Das weiß ich gar nicht. Das ist mir jetzt, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja. Aber das kann natürlich gut sein, dass das so, dass das den Tatsachen entspricht, ja. Ja, ansonsten habe ich keine Tipps, wie man den Ritschbecks das Leben im heißen Sommer so versüßen kann, dass die nicht so dolle schwitzen und hecheln, außer das, was ich schon gesagt habe. Ja, ich finde es weiterhin einfach echt immer faszinierend, wie stark sie nach außen hin leiden. Das ist für mich, keine Ahnung, also bei Parker ist das auch so, der wird dann auch immer und immer und immer langsamer, ne? Also obwohl wir dann im Schatten unterwegs sind, wo es eigentlich relativ angenehm ist. Und man kann sich da halt echt nicht reinversetzen, ne? Weil die haben ja nun dann auch schon keine Unterwolle oder sowas, ne? Und eigentlich müsste das ja recht okay sein, zumindest für sie. Aber er setzt sich dann halt auch hin, er zeigt mir das dann halt auch, ne? Dass er dann entweder stehen bleibt oder dass er sich dann hinsetzt und dann halt so nach dem Motto, okay, reicht mir jetzt auch. Jetzt will ich entweder nach Hause oder lass uns einfach jetzt hierbleiben und chillen. So nach dem Motto. Und das gestatte ich dann auch. Genau, da sollte man auch drauf hören, finde ich. Auf Teufel komm raus, prügele ich ihn dann ja jetzt nicht irgendwie die fünf Kilometer, die wir sonst machen oder keine Ahnung. Da höre ich schon drauf, ja. Aber Fakt ist, und wir halten mal fest, obwohl der Ritschbeck aus Afrika kommt, müssen wir auch mit ihm in der Hitze etwas achtsam sein. Ja, definitiv, damit der auch nicht kaputt geht. Das ist wohl, das ist wohl richtig. Ja, wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, die ihr mit uns und auch der Alles-über-ein-Camp-Community teilen möchtet, dann lasst uns das gerne zukommen oder kommentiert das fleißig unter unseren Posts. Und ja, wir freuen uns wie immer über jegliches Feedback oder Unterstützung. Alles dazu findet ihr in unseren sogenannten Shownotes, in den Folgenbeschreibungen, in den Episodenbeschreibungen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch zusammen. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall einen nicht allzu heißen Sommer und damit auch Tag heute und einen wunderschönen Spaziergang und geht schwimmen. Stimmt, schwimmen ist immer eine gute Idee. Hose runter, Freibad. Tschüss. Ciao. Tschüss.